Im Themenbereich 3 beschäftigen wir uns jetzt mit der Einbettung der Geschäftsprozessmodellierung in die größere, umfassende Aktivität des Geschäftsprozessmanagements. Dazu vielleicht wieder eine kurze Einordnung, warum wir uns überhaupt mit dem Geschäftsprozessmanagement jetzt noch als großen Rahmen beschäftigen. Deswegen, die Modelle, haben wir jetzt schon öfter gehört, stehen ja nicht für sich und sind ja nicht Selbstzweck, sondern die bauen wir immer für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Zielsetzung. Und die ist üblicherweise damit verbunden, dass wir die Arbeit in einer Organisation, also die Aktivitäten in der Organisation, in irgendeiner Form verbessern möchten. Für die Akteure, aber auch für die betriebswirtschaftliche Effektivität und Effizienz unserer Prozesse. Und dementsprechend möchte man sich auch explizit und dezidiert mit diesen Aktivitäten, mit diesem Management von Geschäftsprozessen beschäftigen. Also nicht nur auf operativer Ebene arbeiten, sondern auch strategisch, taktisch sich mit den Prozessen der Organisation beschäftigen und dazu beitragen, dass man die in irgendeiner Form auch laufend verbessern und optimieren kann. Deswegen also die Beschäftigung mit Geschäftsprozessmanagement im Großen. Geschäftsprozesse gibt es in unterschiedlicher Art und Weise. Auch das haben wir ganz zu Beginn im Themenbereich 1 schon einmal gehört. Es gibt Standardprozesse, es gibt die eigentlichen wertschöpfenden Prozesse, zu denen eben die üblicherweise eben auf irgendwelche Standardprozesse zurückzuführen sind. Es gibt Supportprozesse, die die Wertschöpfung unterstützen, aber nicht unmittelbar direkt dazu beitragen. Diese Kern- und Supportprozesse können eben standardisiert sein. Sie sind aber meistens in irgendeiner Form individuell ausgestaltet und zugeschnitten auf die Organisation. Sonst würden wir ja gar nicht im Detail nochmal analysieren müssen, wie es in der konkreten Organisation aussieht und den Geschäftsprozess vielleicht dazu passend designen oder anpassen, sondern könnte irgendwie Standardprozesse ausrollen. Das funktioniert meistens nicht. Es gibt aber schon eben sowas wie überall vorhandene Prozessklassen, sowas wie, wenn es ein gewinnorientiertes Unternehmen ist, ein Order-to-Cash-Prozess. Das heißt, irgendwo geht eine Bestellung ein, irgendwo verbuchen wir am Ende den Zahlungseingang, dazwischen kommt es zur Leistungserfüllung. Und wie das funktioniert, das ist vielleicht organisationsindividuell verschieden, aber diese Art von Prozess, den gibt es und den möchte man dann auch strukturiert verwalten und optimieren. Und dementsprechend beschäftigen wir sich mit dem Geschäftsprozessmanagement. Wir schauen uns das ganze Feld, diesen ganzen Zusammenhangskomplex im ersten Thema dieses Themenbereichs Einflussfaktoren auf Geschäftsprozessmanagement dann noch einmal im Detail an, bevor wir auf die einzelnen Aktivitätsbündel des Geschäftsprozessmanagements eingehen. Also wo es hier im ersten Thema um den Kontext geht, geht es im zweiten Thema um die Aktivitäten, die im Rahmen des Geschäftsprozessmanagement zur Ausführung kommen. Das wiederum stellt uns den Rahmen für die nächsten beiden Themen oder nächsten vier Themenbereiche zur Verfügung. Das ist einerseits, das sind jene Aktivitäten, die mit der Erhebung und Analyse von Geschäftsprozessen zu tun haben, wo es also eigentlich dann um die Modellierung an sich und die Sammlung von Informationen für die Modellierung geht. Und ich springe mal eins weiter ganz kurz darauf folgend, um die Ausführung von Geschäftsprozessen, wo es darum geht, wir haben bereits die Modelle und die müssen jetzt in der Organisation verankert werden, sonst müssten wir ja nicht die Modelle überhaupt bauen, die bauen wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern hier geht es dann darum, wie man diese Modelle verwenden kann, um dann mit Informationssystemen eine konkrete Unterstützung zu realisieren. Das ist das Thema Ausführung von Geschäftsprozessen. Dazwischen steht das Thema Qualität von Prozessmodellen, weil es darum geht, dass die Modelle, die wir erheben, damit wir sie nachher ausführen können oder verwenden können, bestimmten Qualitätskriterien entsprechen müssen und diese Qualitätskriterien, die schauen wir uns in diesem Zwischenthema nochmal genauer an. Sobald wir einen Prozess automationsgestützt ausführen können, bei Ausführung von Geschäftsprozessen, haben wir auch die Möglichkeit, Prozesscontrolling zu implementieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unsere Prozessmodelle mit Leistungsindikatoren, mit Kennzahlen zu verknüpfen und zu schauen, ob unsere Prozesse zufriedenstellend und unsere Zielsetzungen entsprechend performen, also zum Beispiel irgendwelche Durchlaufzeiten passend sehen, ob es irgendwo Bottlenecks gibt, ob es Ineffizienzen gibt, auch in der zeitlichen Veränderung, also ob die Prozessdurchlaufzeit eines bestimmten Prozesses vielleicht ansteigt, was irgendwann Grund haben muss, den man dann vielleicht nachspüren kann, wo man schauen kann, woran liegt es denn und muss man den Prozess an sich verändern oder reicht es vielleicht auf konkreter organisationaler betrieblicher Ebene, was zu verändern, zusätzliche Ressourcen zuzuweisen oder so. Solche Maßnahmen. Das ist das Ganze konvolut, gibt einmal einen Überblick über das Geschäftsprozessmanagement im Ganzen und dessen operative Komponenten und soll also erste Annäherung an die Zielsetzung der Geschäftsprozessmodellierung. In der Lehrveranstaltung an sich geht es ja um die Modellierung, an die Zielsetzung der Geschäftsprozessmodellierung geben, so zeigen, dass das mehr ist als nur Zeichnen, sondern tatsächlich einen unmittelbaren betrieblichen, organisationalen Mehrwert schaffen kann.